Was geht YouTube und damit ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal, meine Freunde, Leute. Ich habe heute ein sehr spontanes Video vorbereitet, das was ihr jetzt im Anschluss seht. Es geht in dem Video einmal um die neuen Season 5 Inhalte. Die Season 5 Reloaded kommt am 30. August um 18 Uhr. Ich habe hier einfach mal wieder die Seite Trippie Leaks offen und ein paar Infos aus der Facebook-Gruppe, die unten verlinkt ist. Werde ich auch alles nochmal separat erwähnen. Wirklich ein sehr spontanes Video, 0% vorbereitet, einfach random rein und ich hoffe mal, ich kann euch mit den Infos weiterhelfen. Alle Seiten, alle Quellen sind in der Info-Beschreibung verlinkt und ich würde sagen, gehen wir einfach mal rein, reacten wir mal auf die neuen Inhalte. Und an der Stelle ist einfach mal gesagt, wenn du dich für weiteren COD-Content interessierst, darfst du gerne mal den Kanal abchecken. Ich folgen die Woche mal ein paar Videos. An der Stelle ist einfach mal gesagt, gehen wir mal rein in die Reloaded Inhalte. Okay, Friends, gehen wir mal darauf ein, was uns in den nächsten Tagen so erwartet bei der Season 5 Reloaded. Also was sind die Inhalte? Ich habe mich hier mal so ein bisschen schon durchgelesen, aber ich wollte da gerne noch ein kleines Video aufnehmen. Die Seite ist auf jeden Fall unten verlinkt. Gehen wir einfach mal auf die ersten Inhalte ein, die wir uns erwarten. Wie wir hier schon lesen können, erscheint am 30. August um 18 Uhr. Mit dem Season-Patch erwarten uns auch neue Modis, Bundles, Waffen und auch neue Karten für den 6 gegen 6 Multiplayer-Modus. Und auch zu Warzone. Ihr habt euch schon vorher gelesen, ein beliebter Modus aus Warzone 1, soll wiederkehren, ja. Und zwar Amored Royal. Ich denke mal, die einen von euch kennt es, die anderen nicht. Auf jeden Fall kann man das so erklären, dass man bestimmte Trupps zugewiesen bekommt. Und solange man dieses Fahrzeug hat, ist man im Game. Man kann da mit den Fahrzeugen an Tankstellen fahren, die reparieren, wieder betanken. Ich denke mal, Hauptfokus sind auf jeden Fall die Fahrzeuge in dem Modus. Zu der Zeit habe ich auch noch gar nicht Warzone gespielt, deswegen kann ich da auch gar nicht so viel zu sagen. Ihr könnt euch den Beitrag hier einmal selber noch dazu durchlesen, wen das interessiert. Ich will einfach nur die Knackpunkte einmal ganz kurz erklären. Auf jeden Fall, wir bekommen einen Modus aus Warzone 1 wieder. Wir bekommen auch zu DMZ neue Missionen. Darunter Missionen der Stufe 3, 4 und 5 für die Fraktion Shadow Company. Also das Ganze wird weitergeführt. Zu den Upgrades zählen unter anderem auch Verlängerungen und der Dauer zu den UAV-Türmen oder SAM-Sites. Des Weiteren werden Balancing-Anpassungen der Waffen und Ausrüstung vorgenommen. Mehr zu diesen Anpassungen finden wir dann später unter den genaueren Patch-Notes, also die von COD dann separat nochmal bekannt gegeben werden. Anschließend bekommen wir auch in Modern Warfare neue Mehrspielerkarten, Ranglisten-Belohnungen und der Modus Feuergefichts-Sniper. Soll auch nochmal überarbeitet werden, wenn ich das so richtig verstanden habe. Hier können wir es ja auch schon sehen, bei der neuen Karte handelt es sich um DRC Zone 1, basiert auf dem Bereich zwischen Gebäude 21 aus dem DMZ-Modus. Kann geil sein, muss nicht. Ich denke mal, wir werden es in den Tagen sehen. Hier einmal Feuergefichts-Sniper, ein neuer Modi. In dieser Variante des Feuergefichts-Modus seid ihr nur mit einem Scharfschützengewehr bewaffnet. Es gibt keine Zweitwaffe und auch keine Primär- und keine Sekundärwaffe. Also only Sniper. Gab es schon, ist jetzt aber auch nichts Relevantes. Ist mal geil, wieder gespielt zu haben, finde ich. Neue Sozialfunktionen sollen rüberkommen. Will ich gar nicht allzu viel darüber erzählen. Finde ich sehr schwierig. Lest euch den Beitrag einmal selber durch, um euch die genaueren Punkte dazu einmal durchzulesen. Sonst sprengt das Video echt den Rahmen, wenn ich da einmal genauer drauf eingehe. Ansonsten Season 5, was bekommen wir dazu? Mehrere neue Operator-Bundles. Werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Habe ich ein paar coole Einblendungen. Maze Lara Croft und 21 Savage. Wir bekommen hier auch einmal die neue Waffe, wo ich dachte, dass sie zu Beginn der Season 5 reinkommt. Dann einmal so ein Tomahawk. Ah, jo, hier 9mm Demon, so hieß sie. Und einmal eine neue Lachmann, also neue SMG ist das, glaube ich. Lachmann Shroud. Und ja, und die Pickaxe oder Tomahawk, nenne ich es einfach mal. Alle neuen Waffen können über den Battle Pass Sektor E0 freigeschaltet werden. Jeder Waffe werden dabei wieder spezielle Herausforderungen zugewiesen, um die freizuschalten, ne. Das sind im Großen und Ganzen erstmal die News, die ich hier für euch habe. Okay, warte, gehen wir noch einmal auf die Einblendungen kurz ein, die ich hier habe. Kurz nochmal, neue Warzone-Karte in zwei Tagen von Jan Traut aus der Facebook-Gruppe, auch unten verlinkt. Ne, Albarga Fortress kommt am Mittwoch als neue Resorgance-Karte zu Warzone 2. Wie versteht man das Ganze? Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob eine komplette neue Map kommt. Ich denke mal, es wird ein Modus sein, der extrem klein sein wird. Also, es ist so eine kleine neue Rebirth Island Map, in Anführungszeichen. Ne, wir können es hier auf jeden Fall einmal sehen. Wir klicken uns das mal genauer an. Ist halt, glaube ich, einfach so ein Modus wie Rebirth Island, nur halt für 50 Spiele oder 20 oder 25, je nachdem. Kommen wir dann jetzt wieder zu einem Punkt, der sehr zivilspaltig ist, ja. Neue Bundles zur Mid-Season. Wir werden uns sie einfach mal angucken. Ich werde jetzt auch keine großen Einblendungen machen. Wir gucken uns die Bundles einfach an und wir lassen sie einfach auf uns wirken, ja. Maze, gerade eben schon erwähnt, kennt man. Nothing special. It is what it is. Und, äh, ja. Tomb Raider kennt man auch. So habe ich ja eben vorgelesen. Lara Croft. Finde ich gespannt. Tracer Pack, Blunt Fingers. Finde ich geil. Erinnert mich so ein bisschen an eine Grinch-Variante. Ich weiß nicht, warum jetzt auf einmal immer mehr Gras-Operators kommen. Zuerst ist eine Snoop Dog Bundle. Jetzt das hier. Hat vielleicht auch was mit der Legalisierung zu tun, die uns bevorsteht im kommenden Jahr oder Ende diesen Jahres auch noch, ne. Aber, friends, nichtsdestotrotz sind das hier erstmal die neuen Infos zum kommenden Season-Update. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Ist ein sehr spontanes Video gewesen, ja. Ich habe mich hier nicht drauf vorbereitet. Und genau, Leute, an der Stelle bin ich raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.